Das kann man auf so viel im Leben anwenden, weil mein grosses Ziel ist, ich möchte möglichst kein Arsch sein zu Menschen, was aber zum Teil auch nicht so einfach ist, weil manchmal hat man eben mal nicht so einen guten Tag und sich dann halt zusammenzunehmen und halt auch noch an der Kasse vom Supermarkt noch schnell Grüezi sagen und danke und schönen Tag, ist da ein grösserer Aufwand für einen, aber es macht so viel aus. Absolut, eben das ist es ja, wenn du dich nicht entscheidest für dich, dann passiert es einfach und dann ergibt sich es einfach, was du, die Truman Show kennst, oder? Ja, logisch. Dort gibt es ja einen Typ, der die beste Freundin von Jim Carrey spielt und ganz am Schluss gibt es die Szene, wo er so unten im Keller schläft oder so tut, als würde er schlafen und irgendwann sagen, hey, geht mal schauen und so, was läuft, nachher geht einer schauen und also sein bester Freund dachte, der hat aufgeschaut und der ist weg. In dieser Szene habe ich so einen Gag gefunden, es ist mitten in der Nacht, irgendwann am 2 oder so und sein bester Freund kommt und klopft an der Türe mit dem Sixpack wie immer und findet so, hey, es läuft, wo bist du, Truman und so. Und dort habe ich gecheckt, schau, dieser Typ, kein bester Freund würde das sonst wahrscheinlich machen. Aber am 2 am Morgen finde ich, ja, ich schaue morgen, was der macht und so, weil du halt dein eigenes Ding hast. Aber weil der eine Rolle spielt in dieser inszenierten Welt von Truman, geht er über das raus, was ein normaler bester Freund machen würde, sondern geht von dem idealen bester Freund aus, der halt immer da ist für dich. Der immer, wenn du ihn brauchst, ist er da. Und das nur, weil seine Rolle das vorschreibt. Und wenn du jetzt in der echten Welt, also in der normalen Welt, dir würdest sagen, hey, was für ein bester Freund will ich sein und das wirklich so wie eine Rolle dir festleicht, weil du eh eine Rolle spielst. Und wenn du dir das bewusst wirst und sagst, okay, ich will meine Rolle selber bestimmen mit allen Aspekten, dann bleibst du der Rolle viel mehr treu. Wenn du sagst, ich bin einer, der der Kassiererin einfach immer freundlich in den Auge schaut und sagt, danke und bitte und einfach so gut es in dem Moment geht, mache ich das. Dann wirst du viel treuer der Rolle, die du halt übernimmst in der Gesellschaft, was auch immer halt Situation ist. Das habe ich mich noch nie so überlegt, aber logischerweise ist das zum Beispiel sehr bewusst die Entscheidung gesehen. Dass man irgendwann einfach findet, doch, ich probiere im Umgang, im normalen Umgang mit Mitmenschen, probiere ich möglichst nett zu sein. Und es gibt aber, für mich zumindest, gibt es dann auch ein bisschen Druck, wo man sich selber aufsetzt aufgrund von dem. Man darf sich nicht zum absoluten Gutmensch machen. Nein, ich sage nicht zum absoluten Gutmensch, aber es gibt dann so kleine Zwischensequenzen, weisst du, wo ich irgendwie frage mich, dann ist noch jemand drin, und dann sage ich mal so schnell so, wenn irgendjemand sagt, komm, mach mir so, dass ich dann irgendwie sage, warum solltest du das so machen, das ist doch blöd. Weisst du so, oder? Und dann findest du, oh nein, aber die Person findet jetzt vielleicht, dass ich ein Arsch bin. Und ich bin geboren mit schlechtem Gewissen. Wirklich. Also, mein Vater und meine Mutter haben mir das genetisch, glaube ich, dreifach übergeben, über beide Familienstämme. Das ist einfach, ich habe, ohne Scheisse, zum Teil habe ich schlechtes Gewissen ab Sachen, wo ich Sex gesehen bin, wo ich mal im einen Menschen aus meinem Umfeld, habe ich ein Spielzeug, so einen Ninja Turtle oder sowas, so angeworfen. Ich habe bis heute schlechtes Gewissen wegen dem. Weil die Person dann gegangen ist, gefunden hat, ja, dann halt nicht, wenn du so tust. Weisst du, das ist so, das tut sich dann weiterziehen, wo ich dann zum Teil, auch in meinem normalen Leben, habe ich zum Teil ein bisschen Probleme, weil Menschen dann probieren, Rücksicht zu nehmen, weil sie denken, oh nein, wenn ich das jetzt eben so sage, schlechtes Gewissen. Und das zieht sich dann durch so Sachen weiter, oder? Und dort wird es dann zum Teil ein bisschen schwierig, weil das kannst du, wie will ich sagen, das kannst du dir nicht als eine Rolle definieren. Nein, klar, wenn du es auf die Wahrnehmung oder das Empfinden von anderen beziehst, dann ist es wieder eben ausserhalb von deiner Kontrolle, wie jemand das empfindet. Darum geht es wirklich auch darum, was du dir selber sagst. Also wenn du sagst, hey, ich bin einfach der, der ehrlich seine Meinung sagt, oder wenn irgendetwas Unrecht ist oder irgendetwas passiert, dann muss ich das aussprechen, oder du sagst, weisst was, ich bin da mehr so der Zuschauer, ich lasse das einfach passieren, dann wirst du dir immer treu sein und nie ein schlechtes Gewissen müssen, aha, weil du dich ja dem, was du dir für dich selber entschieden hast, halt treu belübst, was auch nicht immer geht. Aber es geht nicht darum, so ein mega sauber Mann Image möglichst für alle mega super und so aufzuziehen, sondern du kannst auch deine Wichserrolle selber bestimmen und sagen, weisst was, wenn irgendeiner im Zug ein kleines Meter wegschupft und vor ihren Einstieg, dann sage ich etwas, dann gehe ich an und sage, hey, was läuft mit dir, Chef? Oder du bist der, der sagt, hey, dann lache ich und finde es lustig und schupfe sie auch noch, keine Ahnung, einfach, ja, weisst nicht, so ein bisschen bewusster halt an die einzelnen Dinge herangeht. Aber das lustige ist ja, dass die Erwartungshaltung der Menschen ja extrem in das hineinspielt, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand bekannt dafür ist, Mr. Sunshine zu sein, steht oft mit einem Lächeln immer gut drauf, was für sich, wenn diese Person mal in irgendeinem Restaurant, die Bedienung nicht ganz so nett Danke sagt oder es vielleicht sogar vergisst, weil es gerade etwas am Verzählen ist oder so, dann heisst das, er ist gar nicht so nett, das ist ein Arschlag. Das ist eh das Ding, Leute korrigieren immer ein bisschen ins Gegenteil. Das merkst du immer, wenn einer sagt, hey, ich bin im Fall nicht so der Schlaueste, sagen alle so, ja, der ist sicher gescheiter, als er tut. Oder wenn einer sagt, im Fall, ich habe ihn fast studiert und so, sagen alle, ja, er ist sicher nicht so gescheit, wie er tut. Das ist immer so eine Korrektur. Ja, genau. Diplom. Nein, aber ganz früher habe ich eine Fernsehsendung vom Telebasel, Lokalfernsehen, so ein Jugendmagazin, dort bin ich Joey gesehen und das ist zum Beispiel die bewusste Rolle von mir gesehen. Dort bin ich so von 16 bis 21 oder so gemacht und dort bin ich ein Schnösel gesehen, das ist so meine Rolle gesehen, die probiert etwas lustig zu sein, dort habe ich so die ersten anfangs gemacht, aber hauptsächlich sehr selbstverliebt und so, hey, Knickknack und was weiß ich. Und das ist so auch die Wahrnehmung gesehen. Und das ist für mich privat, glaube ich, die befreiendste Zeit ever gewesen, weil alle haben das Gefühl gehabt, das ist der arroganteste und dümmste Sieg, das es gibt. Und dann habe ich denen wirklich nur sagen müssen, hoi, wie geht's? Oder irgendetwas, weißt du, ich kann nur mehr so nett Hallo sagen, Joel freut mich. Ja. Und du hast immer gerade gemerkt, wie die ganze Energie schifft. Ja. Und auf einmal so, ich glaube, der ist ganz okay. Mhm. Das ist einfach krass, denn dann öffnet sich auf einmal so, oh, der ist im Fall gar nicht so ein Wichser, wie man denkt. Und jetzt, und jetzt habe ich eher das Gegenteil, jetzt höre ich zum Teil so irgendwelche erfundenen Geschichten von, ja, dann hast du mal das und das und dann bist du dort, dann bist du wie ein Arsch gewesen. Was? Und wahrscheinlich, weißt du, nicht einmal, überhaupt nicht bewusst, sondern ich habe zum Teil schon Menschen drei, vier Mal nach dem Namen gefragt oder mich auch schon zweimal vorgestellt und gesagt, das mache ich überhaupt nicht aus einer bösen Absicht. Und wenn du aus einer bösen Absicht extra Arsch bist und dann nett bist, heisst du, ja logisch, vergiss dir immer meinen Namen. Aber eigentlich schon mega nett. Das stimmt. Eigentlich mit jeder neuen Bekanntschaft, die du machst, je positiver und netter und lieber du bist, desto höher ist das Risiko, dass das mega ins Gegenteil kippen kann, wenn du einmal nicht mehr dem treu bist, also dem Bild treu bist, wie man dich wahrnimmt. Dann hast du einen Knacks drin, wo es irgendwie nicht ganz so nett war, in irgendeiner feinen Nuance und auf einmal ist wie ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Und wenn du voll der Arsch bist, dann heisst es so, hey, der ist einfach gar nicht so ein schlechter Typ und es macht so ein Bild von, oh, der ist einfach ein mega krasser Typ. Eine von, also meine beste Kollegin ist mal zu mir, also wir sind zu reden und sie so, hey, ich habe jetzt so eine Doku gesehen, im Fall über den Cristiano Ronaldo und der ist einfach gar nicht so ein schlechter Mensch. Und ich schaue sie in die Hand und denke, was hast du das Gefühl gehabt, was er ist, man? Ja, nur weil er selbstbewusst auf dem Fussballfeld ist und sich nichts sagen lässt von niemandem und einfach so seine Nummer eins, sein Nummer eins Platz versucht, so gut wie möglich zu dominieren oder zu behalten. Das heisst, kein Mensch ist nur ein So. Du kannst den schlimmsten Diktator nehmen, der hat in seinem Privatleben auch Leute, die er mit Liebe begegnet und ihnen nicht zu ihnen ist und so. Es gibt das reine Böse eh nicht und subjektiv böse ist sowieso niemand. Es hat auch mal eine Diskussion gegeben, ob man eine Aufnahme von Hitler, der lacht, also nicht verbrennen, ich weiss nicht, was wir genau mit ihnen gemacht haben. Aber verbieten und nicht. Es ist quasi von Öffentlichen, weil es ihn menschlich darstellt. Er ist der kontroversischste Typ, den es überhaupt gibt. Im Geschichtsunterricht habe ich immer so den Unterton des Lehrers gespürt, wenn es um den Zweiten Weltkrieg und Hitler und so ging. Er war ein Propagandatyp und er hat das für ihn gemacht und er hat das für ihn gemacht. Er ist gar nichts. Aber gleichzeitig ihm die ganze Schuld gegeben für alles Negative, was passiert. Entweder der Typ ist der Mastermind vom ganzen Shit und hat wirklich alles zu verantworten, aber dann ist er auch auf eine Art genial. Seinen Plan konnte er mega krass umsetzen. Er hat es einfach mit einer mega krassen Effizienz umsetzen. Und dann hat er halt, dann musst du ihm das auch zusprechen, dass er irgendeine Fähigkeit gehabt hat, ob es jetzt nur seine Rhetorik ist oder was auch immer. Oder er ist ein Vollidiot, der einfach die Marionette war von anderen Leuten, aber dann kannst du ihm auch nicht die Schuld geben von dem, was die Pfädenzieher mit ihm gemacht haben. Das ist so, das ist so. Du kannst nicht jemandem komplett einen Schablon oder so eine Schublade geben und finden, alles ist jetzt nur dort drin. Nein, das ist immer ein riesiges Spektrum. Niemand ist nur etwas. Nein, logisch. Logisch nicht. Das ist doch immer lustig, wenn du hörst. Aber es vereinfacht für den Menschen natürlich extrem viel. Schubladentenken ist das bequemste, was du machen kannst. Du ziehst eine Grenze und sagst, alle hier sind Arschlöcher, alle hier sind gut und das wäre es. Aber das ist ja der Trugschluss von allen Leuten, die in diesen Schubladen oder politisch links-rechts denken. Stell dir mal vor, es gäbe dir nur noch SP. Der Traum der SP wäre alles nur noch ein Partei. Meinst du, es würde sich nicht wieder spalten und innen daran gäbe es dann ein paar, die diese Tendenzen haben und diese Tendenzen und dann hast du wieder links-rechts. Aber das ist ja immer sobald eine Gruppierung von Menschen aufeinander kommt. Es ist eigentlich immer so. Wenn es einen gemeinsamen äusseren Feind gibt, dann sind sie es zusammen. Aber wenn es nur noch sie sind, gibt es wieder Spaltung innerhalb. Ideologie ist immer das Gleiche, egal in welche Richtung. Ich möchte ja gar nicht eine Partei ergreifen für irgendeine. Ja, voll. Aber du kannst eigentlich so gut wie jede Ideologie nehmen und du wirst irgendetwas Gutes drin finden, bis das dann eben eine gewisse Größe erreicht, wo es dann eben nicht mehr funktioniert. Ja, das sowieso. Und ich denke immer so, in meinem Kopf denke ich immer an so ein Basic-Bild, einfach drei Menschen auf einem Bauernhof leben. Und alle die gleiche Ideologie haben. Und dann kommt der vierte dazu, dann kommt der fünfte dazu und irgendwann sind es 15 Menschen. Und dann hat einfach die Epoch eine andere Idee. Und dann hat es zuerst noch diese Person und dann war das Zweiter. Hast du mal Dings gesehen? Ich habe nie ein Buch gelesen, sondern ich habe nur den Film geschaut. Der Mist. Ja, ja sicher. Jetzt habe ich mir auf die Zunge bisser, während ich das gesagt habe. Steven King verfilmt. Der Mist. Ja, ja. Und dort sind ja eigentlich alle grundsätzlich in der gleichen Situation. Es ist der komische Nebel, wo niemand weiss, was dahinter ist und sie sind alle in einem kleinen Supermarkt gefangen. Ja. Oder? Ja. Und dort ist zuerst auch, wir haben alle das gleiche Problem. Das ist der Nebel, wir müssen da drin bleiben. Und mit der Zeit, in dem Fall ist es jetzt etwas religiöses gewesen, aber das hätte irgendetwas können sein. Die eine, die sich so ein bisschen abspalten und wird so die grosse Sektenanführerin. Ja, sie macht so eine auf, es ist eine Plage jetzt, wo göttliche Strafe und so. Genau. Und dann ist so ein kleiner Teil, der sich ihren Arsch schliesst, oder? Und auf einmal hast du einfach zwei Lager. Ja. Es ist nichts mehr anderes. Es ist völlig egal, dass die vorher noch befreundet gewesen sind und dass die irgendwie Arbeitskollegen oder was auch immer die dann gesehen sind. sind. Und so heftig, dass denen natürlich auch in dem Film, so wie es erzählt wird, dass du dann natürlich auch mit der Zeit als Zuschauer ganz klar Partei ergriffst. Weil das wird ja eh noch gern gemacht in einem Film. Und dann ist es so gesehen. Wir haben es in einem kleinen Kino gesehen. Und dann irgendwann kommt die Szene, jetzt tun wir halt schnell, Achtung, Spoiler, 15 Sekunden spielen, wenn man es nicht hören will. Irgendwann wird der in den Bauch geschossen. Und dann steht einer im Kino auf und schreit. Und jetzt schiesse ich noch in Gründ. Und dann macht der Typ im Film das. Und dann hat das ganze Kino geklatscht. Und dann habe ich so gedacht, das ist genau so gefährlich, was jetzt hier passiert. Natürlich. Dass jetzt einfach so Parteien ergriffen wird. Natürlich. Alles was so radikalisiert ist, ist am Schluss... Und das ist aber so ein bisschen, was ich schade finde heutzutage, dass es wirklich immer nur noch entweder oder ist. Es gibt wenig Raum noch, um mal etwas zu besprechen. Ich habe zum Teil mit Menschen schon Gespräche führen können, wo sie nachher gesagt haben, weisst du noch, wo wir dort so gestritten haben? Ich habe das als Diskussion empfunden. Weil wir für einmal nicht einer Meinung waren, heisst das ja nicht, dass wir gestritten haben. Nein, das ist jetzt das einzige Schöne an Kommunikation, dass man gemeinsam kann. Also so dialektisch sozusagen. Ich habe eine Position, du hast die andere Position und dann geht es hin und her. Und dann kommen wir aber zusammen an einen neuen Punkt. Entweder sage ich am Schluss, ah krass, ich mache einen Schritt dir entgegen. Darum hasse ich so Arena und so, ich kann das nicht schauen. Das ist ja sehr anstrengend. Sie kommen einfach mit ihrem Standpunkt und tun einfach mein, 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 mein Standpunkt. Und am Schluss läuft es genauso getrennt wieder raus von dort. Dabei würde es darum gehen, mal einen Schritt entgegen machen, mal ein Verständnis zeigen und dann mal. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Leute kommen und einfach in ein Zeug hinein plärren, dass die ausserhalb, wo sich entweder eh schon zu einer Seite zugehörig fühlen, halt so zujubeln. Und am Schluss genau am gleichen Ort sind wie vorher. Guess mal. Ethiopia